Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, wir haben einen Tag vor der Wahl des neuen EU-Parlaments am 26. Mai. Die Medien haben ihre Kampagne gegen die konservativen Parteien in Europa auf die Spitze getrieben und das beste und sichtbarste und wahrscheinlich auch inzwischen bekannteste Beispiel ist das Cover, also das Titelblatt des neuen Spiegel, Ausgabe 22 im laufenden Jahr, wo man einige der, ich sag mal, Ikonen der rechten Parteien in Europa sieht, darunter ist natürlich Herr Salvini, darunter ist Herr Meuthen von der AfD, dann sehen wir Herrn Orban und den vierten Herrn, den kennen Sie von dem Ibiza-Video aus Wien. Der Vizekanzler Herr Strache ist ja zurückgetreten, er ist auch als Parteichef nicht mehr da und man sieht in der Diskussion, dass die Mainstream-Medien das voll ausgeschlachtet haben, was da passiert ist und es hat niemanden so richtig alarmiert oder beunruhigt, dass hier auch etwas Kriminelles gemacht worden ist. Man hat politische Gegner mit einem Video hereingelegt und da gehen wir in Richtung USA inzwischen. Dort gibt es Agenturen, die sind gut beschäftigt und sehr erfolgreich dabei, nur spezialisiert darauf, Rufmord an politischen Gegnern zu begehen. Da haben wir hier einen ersten Prominentenfall. Der wird uns also noch viele Wochen und Monate beschäftigen. Das macht das, was Herr Strache sich da an Blöße gegeben hat, natürlich nicht schöner. So, die Medien überschlagen sich und wenn wir nochmal bei dem Spiegel-Cover bleiben, das ist ja auch kein Zufall, das war zumindest mein erster Eindruck, dass hier vier von den verhassten Konservativen aus der Sicht des Mainstreams gezeigt werden. Da dachte ich sofort an die Viererbande in China. Ich war dort ja sechs Jahre als Korrespondent des Handelsplatzes gewesen, Anfang des vergangenen Jahrzehnts. Die Viererbande, das waren sozusagen Ultralinke in der kommunistischen Partei damals. Mao Zedong, der hatte schon den Höhepunkt seiner Macht überschritten und die Viererbande wollte ihn wieder an die Spitze bringen, also seine Position stärken. Die haben Millionen von Menschen in China, haben sie drangsaliert, tausende und tausende totgeschlagen, damit sie auf Linie kommen. Ich habe in meiner Zeit in Peking noch viele Chinesen kennengelernt, die auf diese Art und Weise ihre Eltern verloren haben. Aber die Viererbande, die scheiterte am Ende und kam ins Gefängnis. Auch hier vielleicht eine gewollte Anspielung, zumindest für mich eine Parallelität. Ja, die Medien haben sich gegenseitig überschlagen in den vergangenen Wochen. Uns allen Angst vor der Alternative zu machen. Hier zum Beispiel nochmal ein Screenshot vom Tagesspiegel. Gemeinsam wollen die Nationalisten Europa zur Festung machen. Das war also ein Beispiel. Das war vor drei oder vier Wochen, als die rechten Parteien in Europa begannen, also in der EU, begannen sich zu vernetzen. Dann hatten wir den Spiegel als Reaktion auf das, was in Österreich gerade sich abspielt. Heinz-Christian Strache steht für eine ganze Garde europäischer Rechtspopulisten. Da wird also gesagt, das, was in Wien sich gerade abspielt, das haben wir im Grunde in allen anderen Ländern der EU. Das ist Teil dieser ausgemachten Angstkampagne, die wir seit Wochen sehen. Dann haben wir auch eine Reaktion gehabt, die zeigt, wie die Nerven blank liegen in der politischen EU-Elite, nicht nur im Medien-Mainstream. Europarat verbietet Bildung rechter Fraktion. Da hat man also vor wenigen Tagen schon ganz klar gesagt, im neu gewählten EU-Parlament wollen wir das nicht zulassen, dass sich die konservativen Alternativen da zusammenschließen. So, dann haben wir noch das Video, das YouTube-Video hier in Deutschland gehabt von dem YouTuber Rezo, der einen Generalangriff auf die CDU gestartet hat, fast eine Stunde lang Beleg nach Beleg. Aber die Mainstream-Medien und die angesprochene CDU haben sich dann tagelang erstmal schwergetan, überhaupt mit einer Reaktion. Und dann haben sie sich verloren im Widerlegen einzelner Fakten, die Rezo da geboten hat. Man muss aber ganz klar sagen, selbst wenn davon nur die Hälfte stimmt, hier hat sich ein enttäuschter, junger Mensch gemeldet und gesagt, dass er mit dem, was in Berlin gemacht wird, nicht mehr einverstanden ist. Und auch er wird praktisch vom Tisch gewischt. So funktioniert das. Und was wir machen können, ist nur eines. Morgen eine Alternative zu den Altparteien wählen.